Wie kann mein Leben vor meinen Augen blitzen? Das bekannte Sprichwort, das Leben vor meinen Augen blitzt, bedeutet für verschiedene Menschen verschiedene Dinge. Für manche ist es ein einfaches Sprichwort bezüglich der Zeit und der Geschwindigkeit, mit der es vorbeigeht. Für andere bedeutet dies eine tatsächliche Erfahrung, die sie normalerweise während einer Nahtoderfahrung gemacht haben. Obwohl es nie bewiesen werden kann, behaupten Menschen, die Nahtoderfahrungen überlebt haben, dass der Begriff Leben vor meinen Augen aufblitzt. Autounfallüberlebende behaupten, dass dieses außergewöhnliche Phänomen in den Momenten des Absturzes vorkommt. Die Zeit verlangsamt sich und das gesamte Leben einer Person wird in Flaschbildern durch ihren Verstand abgespielt. Die Bilder werden als sehr schnelle Bilder betrachtet und die Erfahrung kann nach dem Vorfall abgerufen werden. Berichten zufolge hatten tausende von Menschen auf der ganzen Welt das Leben vor meinen Augen erlebt. Die Erfahrung kann jedem in jedem Alter passieren. Medizinische Experten meinen, es könnte die Reaktion des Gehirns sein, um mit Traumata fertig zu werden. Sobald der Unfall passiert ist oder vermieden wird, stoppen die Bilder und das erlebte Zeitlupengefühl kehrt zur Normalität zurück. Einige Experten sagen, dass dem Gehirn während eines Traumas Sauerstoff entzogen wird, was zu diesem seltsamen Ereignis führt. Das Letzte, woran wir denken, sind unsere wertvollsten Erinnerungen an geliebte Menschen, um das Trauma zu lindern. Ein weiteres seltsames Ereignis, das mit dem Lebensblitz vor meinem Augenphänomen zusammenhängt, ist, dass kein Geräusch zu hören ist. Alles soll völlig still sein. Es ist vergleichbar damit, in einem sehr dunklen Kino zu sitzen, wobei nur Bilder auf dem Bildschirm blinken. Auch dies soll der Bewältigungsmechanismus des Gehirns sein, der eingreift, um dem auftretenden Trauma entgegenzuwirken. Das Hauptproblem mit dem Lebensblitz vor meiner Augen Theorie ist, dass niemand beweisen kann, dass er tatsächlich existiert. Es wird in die gleiche Kategorie eingestuft wie die Astralreise. Es ist ein schöner Gedanke, dass die letzten Dinge, die vor dem Tod gesehen wurden, Bilder unserer Lieben sind. Der Lebensblitz vor meinen Augen ist nicht außerhalb des Möglichen. Obwohl die Theorie vom Glauben angenommen werden muss, ist das Gehirn ein sehr komplexes Organ. Es ist zu vielen verschiedenen Aktivitäten fähig, und es gibt immer noch Teile des Gehirns, die selbst für die Mediziner ein Rätsel sind.